es ist das erste mal so eine sache ist eine super sache denke ich und macht einfach spaß also ist eine große sache hier und macht super spaß und ist eine große ehre in so einen sport zu drehen okay ja ich denke auf dem fußballplatz das was andere das sind die gegner aber jetzt sind das freunde und es ist eine große ehre mit solchen fußballern so einen sport zu drehen ich bin fußballer kann ich auch spieler am anfang nicht aber wenn man langsam in den wald reingefahren ist und die ganze kameras gesehen hat dann schon und es ist einfach eine tolle sache und spannend okay das ist für mich toll ja klar ja ich denke es ist eine große ehre für mich unter den vielen topstars hier dabei zu sein zu können und ich freue mich immer drauf